Musik 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 Eyo meine Freunde was geht ab bei euch X7 hier und wir schauen mit einem neuen Video Jetzt erstmal nicht erschrecken Ich bin nicht weg, also doch, ich bin weg Aber ich bin nicht für immer weg, ja, ich bin nur Für ein paar Tage weg Also wenn ihr das Video heute Am Montag seht Bin ich bis Freitag weg Also Freitag kommen wieder Videos, aber in der Zwischenzeit nicht, also heute ist ja das Video hier als kleiner Trost und dann gibt es Dienstag, Mittwoch und Donnerstag kein Video, Freitag bin ich mit einem Video wieder da ich habe mir einfach mal naja, gegönnt nicht alles vorzuproduzieren und einfach mal ein paar Tage zu entspannen und das jetzt hier momentan nicht alles um Ostern mega stressig ist, ich hoffe ihr versteht das und seid mir nicht böse, wenn jetzt die nächsten Tage keine Videos kommen ich habe eigentlich sogar schon Videos vorproduziert, weil so viel in der Zwischenzeit momentan passiert aber ich müsste die alle schneiden, rendern und hochladen und das wird sehr lange dauern deswegen, ja, habe ich Videos aber die kommen dann erst wieder ab Freitag aber ich hoffe ihr freut euch einfach auf die neuen Videos, die dann kommen sind einige ganz nette dabei, die mir sehr viel Spaß gemacht haben oder bei denen ich sehr viel lachen musste freut euch drauf ansonsten wünsche ich euch noch schöne Restferien, wenn ihr denn frei habt und genießt einfach die Zeit und ja ich bin nur für ein paar Tage weg und gönne mir einen kleinen Urlaub in Anführungsstrichen wenn ich das so nennen kann also keine Panik ich bin nicht aus der Welt und höre auch mit nichts auf ich bin nur kurz weg also wollte ich euch nur kurz Bescheid sagen an der Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank äh für alle netten Kommentare Likes und alles was ihr da lasst oder irgendwie wie ihr mich unterstützt das macht mich alles sehr glücklich ein großes Herz für euch ihr seid wirklich die Besten und es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß bisher gemacht und ich denke wenn ich zurück bin wird es genauso viel Spaß machen also es passiert nichts es ist wirklich was Seltenes wenn auf meinem Channel keine Videos kommen für für eine bestimmte Phase oder so aber das ist jetzt mal meine Pause die ich mir gönne weil ich wegfahre naja also ich hoffe euch geht's gut wir sehen uns dann im nächsten Video Freitag hoffentlich wieder äh ich hab gehört wenn ihr diesem Video ein Like gebt dann wird die Zeit ganz schnell vorbeigehen also ohne meine Videos aber ihr könnt die Ferien trotzdem genießen und eure Ferien verlängern sich um zwei Wochen ja ja ihr könnt euch auf mich verlassen das wird so vom Gesetz in Deutschland und egal in welchem Land aus welchem Land ihr guckt geändert ja ihr bekommt dann zwei Wochen länger Osterferien oder ihr bekommt allgemein einfach frei wenn ihr arbeiten geht oder arbeiten gehen müsst ihr müsst dem Video nur ein Like geben No Scam No Joke 100% Real für alle da draußen die dem Video ein Like geben wird das Gesetz verändert und ihr habt länger Ferien und meine Videos sind dann bald wieder da ich hoffe euch geht's gut Haut rein Freunde bis zum nächsten Mal Ciao